Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf dem ID-Kanal. Freunde, heute schauen wir uns mal Bodybuilder an, die einfach zu weit gegangen sind. Ich würde sagen, wir legen direkt los, Leute, auf dem Kanal von Weiße Eute schauen wir uns das an. Ich würde sagen, Leute, let's go mit dem Video. Lasst gerne ein Like da und vergesst nicht gerne den Kanal zu abonnieren. Und ich würde sagen, wir starten. Willkommen zu einem neuen Video. Heutzutage gehen viele Menschen ins Fitnessstudio, weil Fitness gut für die allgemeine Gesundheit ist. Außerdem lässt das Training den Körper gut aussehen. Aber wusstest du, dass es Bodybuilder gibt, die mit ihrem Training noch einen Schritt weiter gehen? Boah, ich muss echt wieder trainieren gehen. Also ich muss wirklich heute gehen. Kennt ihr das? Ihr sagt, ach, heute gehe ich trainieren. Ja, das ist schon zwei Wochen her. Dann ist es manchmal ein Monat her. So, und irgendwas muss dafür ausschlaggebend sein. Leute, ihr braucht eine Motivation. Wisst ihr, was bei mir die Motivation manchmal war? Ich gucke mir manchmal Videos von so Villen an, von so Häusern. Keine Ahnung warum. Aber das gibt mir so das Gefühl. Ey, weißt du was? Jetzt musst du was machen. Es ist völlig egal, wenn du dieses Haus haben willst, musst du was machen. Und du fängst mit deinem Körper an. So denke ich mir zum Beispiel. Jetzt war ich ein bisschen angeschlagen. Ich war krank. Ihr habt es ja mitbekommen vor vier Wochen oder so. Ich weiß nicht, ob ich Coronas hatte oder sowas. Und dann hatte ich auch noch unter der Achse irgendwie geschwollene Lymphknoten. Ich dachte, okay, was ist jetzt los, Leute? Habe ich jetzt irgendwie was Schlimmes oder so? Gott sei Dank, alles besser geworden. Habe es auch checken lassen. Ist in Ordnung. Und ja, das heißt, eigentlich kann ich ja jetzt ab heute wieder trainieren gehen. Ja. Einige verwenden sogar Stimulantien wie Steroide und Syntol, um... Nee. Oh, nee. Nein. Nein. Syntol ist dieses Zeug, was in die Muskeln reinspritzt, um künstliche Vergrößerung zu haben. Ohne Mehrwert. Ja. Mach den Körper kaputt. Ja. Ich sag euch, wer drin sein wird. Dieser eine Russe. Der Russe, der mit den großen Bizeps. 100 Pro. 100 Pro. Nummer 10. Branch Warren ist ein 48-jähriger amerikanischer Profi-Bodybuilder der IFBB. Während seiner Karriere gewann er zahlreiche Wettbewerbe, darunter zweimal die Arnold Classic. Ich weiß nicht, Leute, aber ich finde, das ist irgendwie generell so Bodybuilding, das ist ein bisschen... Das ist so zu weit. Also das generell ist einfach zu weit. Ich fand die Zeit noch um Arnold Schwarzenegger noch viel cool. Sehr cool. Also das ist, Leute, mein Nummer 1 Vorbild, wenn es um Körperbau geht. Der Typ, einfach wie der an die Sachen herangegangen ist. Und ich würde einfach sagen, Natural Bodybuilding gemacht hat. Und das hier ist schon mittlerweile... Das kannst du nicht mehr natural schaffen. Geht nicht. ...in 2011 und 2012. Es heißt, er habe 20 Jahre hartes Training gebraucht, um den Körperbau zu erreichen, den er heute hat. Branch begann mit dem Bodybuilding, als er 18 Jahre alt war und nahm dann an allen möglichen Wettbewerben teil. Er gewann nicht nur die Arnold Classic, sondern belegte auch den zweiten und dritten Platz bei den Mr. Olympia-Wettbewerben 2009 und 2010. Im Jahr 2015 beschloss er, mit dem Wettkampf Sport aufzuhören. Er ist jedoch immer noch in der Bodybuilding-Welt aktiv und kann regelmäßig im Fitnessstudio gesehen werden. Außerdem hat er sein eigenes Unternehmen gegründet, in dem er Beef Jerky verkauft. Dabei handelt es sich um einen amerikanischen Snack aus getrocknetem Fleisch, den viele Bodybuilder essen. Er ist kalorienarm und enthält viel Eiweiß und fast kein Fett. Okay, ach, das ist der Typ. Das ist der Typ. Ey, ich finde nicht, dass er jetzt zu weit gegangen ist. Also, ey, der war das, der Beef Jerky macht. Ich kaufe mir das nicht aus Prinzip, weil es ist pro Gramm Protein viel zu teuer. Es ist günstig, euch einen Magerquark zu machen und habt mehr Protein als durch Beef Jerky. Ich glaube, 4 Euro oder wie viel auch bezahlst du für 100 Gramm. Viel Eiweiß und fast kein Fett. Das ist viel zu viel. Nummer 9. Romario dos Santos Alves ist ein heute 32-jähriger Bodybuilder und M... Ah! Ah, Leute, da ist irgendwas schiefgelaufen. Ich sehe doch, wie unnatürlich, das sind keine echten Muskeln. Leute, diese Nackenmuskeln, da könntest du mir nicht sagen, der Typ hat Syntol genommen. ...M-A-Kämpfer, der als der brasilianische Hulk bekannt ist. Er wurde im Alter von 25 Jahren berühmt, als er Stimulantien nahm, um seinen Bizeps zu vergrößern. Der im brasilianischen Bundesstaat Bahia geborene Mann wurde inspiriert, als er einige muskulöse Männer mit riesigen Armen beim Training im Fitnessstudio sah. Sie machten ihn mit Syntol bekannt, einer öligen Substanz, die das Volumen der Muskeln größer erscheinen lässt. Als er damit anfing, konnte er nicht mehr aufhören und sein Bizeps war in der Spitze unglaubliche 63 Zentimeter lang. Und ich sag's euch, Leute, mit Mühe kann ich das in einem Monat schaffen, dass ich stärker bin als er. Weil dieses Syntol, das ist fake. Das ist so... Ihr müsst euch überlegen, dieses Öl, was in den Muskeln landet, ich hab mir ein paar Videos reingezogen, das blockiert einfach, das ist einfach im Weg. Es nimmt euch Volumen weg von eurem Muskel und eure Haut würde eher Probleme bekommen, weil die muss so viel größer werden. Da kriegt ihr safe Risse in den Haut, dass der Typ keine Dehnungsstreifen hat, ist schon irgendwie absolut krass. Weiß echt nicht, was das ist. Aber, äh, nee, wirklich, das sieht alles so ganz stark aus, aber du kannst halt an vielen Punkten, wie zum Beispiel an den Unterarm, am Bauch und auch vielleicht so an der allgemeinen Rückenstruktur erkennen, ob der wirklich echt trainiert. Und das sieht man, dass das bei ihm, das ist fake. Irgendwann musste er ins Krankenhaus, wo man ihm sagte, dass seine Muskeln voller Steine seien. Glücklicherweise konnten diese rechtzeitig entfernt werden und er hörte 2013 auf. Sein großes Ziel ist es immer noch, Bodybuilder zu werden, aber Romario sagt, er habe noch einen langen Weg vor sich. Nummer 8 Erstmal einen langen Weg der Einsicht. Die einzige Frau auf dieser Liste ist die Engländerin Candice Armstrong aus London. Im Oktober 2013 machte die 28-jährige Schlagzeilen, als sie sagte, sie hat... What? Okay, krass. Ich, äh, ich bin beeindruckt. Also, körperlich ist das ganz gut für eine Frau. Aber ich, äh, ich bin gerade verwirrt. War das eine Frau und ist es jetzt ein Mann? Ich bin, ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Er habe Steroide genommen, die sie in einen Mann verwandelten. Sie begann, sechs Stunden am Tag zu trainieren, da die damalige Blondine mit ihrem Aussehen unzufrieden war und größere Arme und breitere Schultern haben wollte. Aufgrund der Steroide begann sie jedoch Akne im Gesicht, Körperbehaarung und andere männliche... So, ich so, ich bin eine Frau, ich nehme ein bisschen Steroids und dann... Huch! Ich kriege plötzlich einen Bart. Ups, wie ist denn das denn passiert? Äh, 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 ja. Aber ey, eigentlich, so, Bartbehaarung sehe ich noch nicht wirklich. Male zu entwickeln. Trotzdem sagt sie, dass sich ihr Leben zum Positiven verändert hat. Sie ist zwar nicht mehr die blonde Frau, die sie einmal war, aber dank dieser Stimulantien hat sie es geschafft, als Dragqueen zu arbeiten. Schließlich war das etwas, was sie schon immer machen wollte. Ich bin aber ehrlich, ich finde den Körper, boah, gut. Also, bestimmt, ja, hat sie es sich leicht gemacht. Und ich bin komplett verwirrt. Sie kann damit alle Leute verwirren. Aber ich muss sagen, der Körper, boah, ist echt stabil. Ich mag das, ich mag das persönlich mehr als diese Bodybuilder. Heutzutage trainiert Candice immer noch dreimal am Tag im Fitnessstudio. Dreimal am Tag? Bro, wann gibst du den Muskeln immer Regeneration? Sie ist glücklich mit ihrem neuen Körper und hat nicht vor, damit aufzuhören. Okay. Nummer 7. Jeder das seine. Der 52-jährige Bodybuilder Aalindo de Sousa behauptet, er habe den größten Bizepsopropor. Oh Mann. Oh Mann, Leute. Den kannst du nicht als Bodybuilder bezeichnen. Der wird auch niemand einen Sportler kriegen. Einmal guckt euch mal diese Ölpolster an. Das ist nicht echt. das ist, also stellt euch vor jetzt diese Ölpolster wären weg, dann also das ist hier drinnen eventuell nicht, hier ist es vielleicht noch natural, aber du siehst auch in den Schultern, es könnte vielleicht auch natural sein, aber hier siehst es ja äh, das Leute, Muskeln sind normalerweise, wenn man einen Pump hat, dann sind sie angespannt, wenn du Öl drin hast, ist es konstant vergrößert, das sieht dann total unnatürlich aus, weil egal ob du anspannst oder nicht, du kannst die Menge an Öl nicht vergrößern Brasiliens, im Jahr 2013 sorgte er für Schlagzeilen, als er seinen 73 cm langen Bizeps vorführte der das Ergebnis des Einpumpens einer Art Öl in seinen Muskeln war jedes Mal, wenn er es einnahm, wollte er mehr, weil seine Muskeln anschwollen und er nicht einmal trainieren musste ach wirklich, ist das echt so leicht, nein es ist nicht so leicht guck dir deine Unterarme an im Vergleich, guck dir dein Brustdefizit an, generell das sieht so ungesund aus, es ist ungesund, Leute das Zeug geht nicht so leicht aus seinem Körper wie er selbst sagte, Alindo ist außerdem ein großer Fan von Arnold Schwarzenegger und erhielt in seiner Heimatstadt den Spitznamen The Mountain für viele Einheimische ist er ein großer Star und er erzählt, dass die Frauen ihn sogar bewundern, weil er durch diese Stimulantien seinen Freund verloren hat und sich seitdem beherrschen kann er erzählt, dass dies ein großes Problem in Brasilien ist und dass viele Leute immer noch heimlich verschiedene Stimulantien nehmen, um ihre Muskeln größer aussehen zu lassen Nummer 6 also die Story habe ich jetzt nicht verstanden um seinen Freund, die um seinen Freund habe ich jetzt wirklich nicht gecheckt, wie die bewundern ihn, weil er seinen Freund verloren hat Greg Valentino war ein amerikanischer Bodybuilder, der 2005 durch einen Dokumentarfilm mit dem Titel The Man Whose Arms Exploded berühmt wurde Er begann mit dem Bodybuilding, als er 13 Jahre alt war. Er trainierte sein ganzes Leben lang auf natürliche Weise doch schließlich beschloss er mit Steroiden zu experimentieren. Dadurch veränderte sich sein Bizeps von 51 Oh, 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 oh das sieht nicht gut aus Hier der Bizeps angeschwollen aber das sieht, ich weiß nicht das ist auch Synthol hier, das sieht doch auch unnatürlich aus und hier rechts plötzlich der Berg plopp, einfach aufgeploppt, platzt Zentimetern auf unglaubliche 71 Zentimeter Die Geschichte von Greg ist jedoch sehr umstritten, denn viele Menschen glauben, dass die Muskeln das Ergebnis von Synthol waren Ja, das sieht man Ich meine, guckt euch mal diese Schwellung an, Leute Du kriegst mit dem Winkel Also Hä? Normalerweise, du kannst doch nicht so 90 Grad Winkel Nein Warum er aufhörte war, dass einer seiner Arme infolgedessen aufplatzte Greg ist in der Bodybuilding Welt als der meist gehasste Mann bekannt machte sich aber einen Namen, weil er in das Guinness Buch der Rekorde für den größten Bizeps der Welt aufgenommen wurde Oh mein Gott, der hat einen Rekord dafür bekommen Ich finde, der sollte disqualifiziert werden Das ist Ja Wie hat der es geschafft? Nicht auf natürliche Art Ich kann auch, wenn ich irgendwas mit Luft aufpumpe so einen Reifen dann kann ich den auch maximale Größe machen Irgendwann platzt der dann aber ja Bis heute hat er immer bestritten Synthol zu verwenden Nummer 5 Nasser Elson Bharti ist einer der größten professionellen IFBB Bodybuilder der 1990er Jahre Er wurde in Stuttgart einer Stadt in Deutschland geboren und begann 1983 im Alter von 18 Jahren mit dem Bodybuilding Seine erste Teilnahme am Mr. Olympia-Wettbewerb fand 1994 statt wo er den siebten Platz belegte Synthol sprach mehrere Sprachen fließend was ihm den Spitznamen Professor einbrachte Im Laufe seines Lebens nahm er an 53 IFBB Profi-Wettbewerben teil und qualifizierte sich neunmal für den Mr. Olympia Im Jahr 1997 belegte er den zweiten Platz obwohl er der Meinung war dass er in diesem Jahr hätte gewinnen müssen Außerdem belegte er 1999 den ersten Platz beim Arnold Classic-Wettbewerb Son Bharti wurde nur 43 Jahre alt und in der Bodybuilding-Welt kursierten Gerüchte dass dies hauptsächlich auf die Einnahme verschiedener Stimulantien wie zum Beispiel Steroide zurückzuführen sei Boah das ist traurig Leute 43 nur Weißt du der arbeitet den ganzen Tag an seinem Körper aber der Körper hat irgendwann Nein gesagt wahrscheinlich Herz wahrscheinlich Niere oder so die Entgiftung hat nicht geklappt Herz hat aufgegeben Nieren haben vielleicht auch aufgegeben deswegen Leute ist es wichtig dass ihr auch in vielen Situationen auf euren Körper hört und wenn irgendwann mal was nicht klappt und du sagst ja das ist mir egal ich kann das eh wenn ich älter werde kann ich mich darum kümmern nee 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 erst mal halt da wird man das bereuen und Bodybuilder generell haben ein bisschen niedrigeres äh ne niedrigere Lebenserwartung weil wenn sie das nicht natural machen es es verschleißt also wirklich der Körper verschleißt Nummer 4 Kirill Tereschin ist ein 26 ja er ist da es ist er er ist es Leute er ist es ich leute der Typ ich verfolge ihn ab und zu er ist ich weiß nicht was er macht mittlerweile schminkt er sich jetzt komplett und hat seine Augenbrauen weg gemacht und er hat schon einmal seine Arme verloren aber er ist schon wieder back und er sagt sich ja man noch einmal machen das als Bodybuilder zu bezeichnen ist schon eine Beleidigung für jeden Bodybuilder der sogar nicht für jeden Bodybuilder der unnatural ist wegen seines fußballähnlichen Bizeps Schlagzeilen er verließ die Armee im Alter von 21 Jahren und begann seinem Traum Bodybuilder zu werden nachzugehen allerdings ging er damals etwas zu weit bei anderen Bodybuildern stehen die Muskeln noch in einem gewissen Verhältnis zum Körper aber Kirill hat einen ziemlich dünnen Körper mit riesigen Bizepsen was ein wenig seltsam aussieht auf Instagram hat er es geschafft eine Fangemeinde von mehr als 410.000 Menschen zu haben er lügt auch nicht und erzählt offen dass er Syntol benutzt hat um dieses Ergebnis zu erzielen im Oktober 2009 ich habe mir das Video angeguckt vom Boxkampf Ja und in der Folge musste alles rausoperiert werden so viel Fleisch so viel Muskeln irgendwie weg das musste regeneriert werden was denkt er sich so Bro ich muss wieder zurück in Form ich bin ein Nichts ohne dieses Ding ohne diese Arme und er macht weiter Nummer 3 schön schöne Story Waldir Segato ist ein 52-jähriger Mann aus Brasilien der in jungen Jahren den Spitznamen Dünner Hund erhielt er wurde gemobbt weil er zu dünn war und beschloss ins Fitnessstudio zu gehen und zu trainieren eine kleine Sache Leute falls irgendjemand euch sagt ihr seid zu dünn oder so etwas lasst euch nicht verleiten irgendetwas zu tun was ihr auf Dauer bereut und ich finde eher nein der war nicht zu dünn das ist was ist denn so schlimm daran nein überhaupt nicht ich finde eher wenn man wenn man sich davon leiten lässt und Dinge macht um Erfolge zu erzielen mit cheaterischen Methoden dann finde ich das lachhaft so weil er hat sich beeinflussen lassen er hat eine schwache Psyche nein einfach Leute wenn ihr wollt wenn ihr euch vielleicht nicht gut fühlt und es auf natürliche Art und Weise möglich ist euch selbstbewusster zu machen dann geht ins Fitnessstudio achtet auf eure Ernährung teilt euch das mit Eiweiß ein und alles mögliche berechnet euch wie viele Kalorien ihr zunimmt kriegt ihr Kaloriendefizit alles mögliche und seid am Start ich war ich war Leute mit 15 bin ich zu McFit gegangen und ich war auch ultra dünn die Leute haben mich ausgelacht die haben mich auch ausgelacht in der Schule weil sie sagen du stemmst 70 Kilo oder sowas ich hab mit Butterfly oder mit der Zugmaschine 70 Kilo gepackt ich hatte eine absolute ich hatte eine absolute Impulskraft ich weiß nicht wie ich das mit dem Alter geschafft habe immer noch aber auch beim Handdingens habe ich tatsächlich die Leute geschlagen und die Leute waren überrascht weil ich war so dünn aber mein Bizeps der war überproportional stark weil ich immer nur Rücken und Bizeps und so trainiert habe aber Brust so da hat man gesehen bei mir Defizit ich könnte euch vielleicht mal ein Bild irgendwann zeigen irgendwann mal er ließ sich von Arnold Schwarzenegger inspirieren und wollte der echte Hulk werden doch das ging ihm nicht schnell genug und als er von Sintol hörte beschloss er es zu benutzen seitdem hat er es geschafft sich in einen lebensechten Popeye zu verwandeln durch den jahrelangen Konsum von Stimulantien wuchs sein Bizeps auf einen unglaublichen Umfang von 51 Zentimetern an trotz der Warnungen der Ärzte ist Valdir entschlossen weiter zuzunehmen Valdir sagt auch dass er stolz darauf ist wenn er die Straße entlang geht und die Leute ihn ein Monster nennen ich weiß nicht ob das so ein Kompliment ist Nummer 2 Mustafa Ismail ist ein heute 35-jähriger ägyptischer Bodybuilder der 2013 in das Guinness Buch der Rekorde für den größten Bizeps der Welt aufgenommen wurde sein Bizeps wäre an seinem Höhepunkt unglaubliche 79 Zentimeter lang wenn ich mir dieses Foto anschaue frage ich mich wie er sein T-Shirt anziehen konnte ja ja wie macht er das ne Frage die ich mich tatsächlich jetzt stelle Mustafa der auch als der lebensechte Popeye bekannt ist soll sich in Japan medizinischen Tests unterzogen haben einschließlich einer Ganzkörper MRT Untersuchung seiner Oberarme Experten zufolge wurden dabei keine Anzeichen für Nahrungsergänzungsmittel gefunden Trotz dieser Beweise hat Guinness beschlossen seinen Rekord Ja Nahrungsergänzungsmittel aber so ein tolles Öl das ist ein Kochöl glaube ich das ne das ist ja kein Nahrungsergänzungsmittel von seiner Webseite zu entfernen Mustafa selbst sagt sein Bizeps sei echt glaubt ihr dass dieser Bizeps echt ist nein lasst es uns in den Kommentaren wissen nein nein absolut nicht Nummer 1 wer ist auf Platz 1 Andreas Münzer war ein sehr berühmter österreichischer Profibodybuilder der für seinen extrem niedrigen Körperfettanteil bekannt war es heißt dass er fast 0% Fett hatte das geht ja auch nicht also das ist theoretisch nicht möglich hab mir von Kollegen sagen lassen unter 7 oder unter 9% ist gar nicht möglich es gibt immer natürliches Fett ohne das Fett kannst du ja gar nichts machen der hat also wie ich mir das vorstelle was die Bodybuilder machen um auf Wettkämpfen teilzunehmen ist dass sie sich extremst dehydrieren also wirklich absolut austrocknen für den Wettbewerb damit man mehr von den Muskelfasern sieht ich find das super ekelhaft aber ähm ja boah nee im Laufe seines Lebens aber eins von denen muss man sagen der Typ hat kein Syntol genommen als einziger fast einziger nahm er von 1986 bis 1996 an allen möglichen Meisterschaften teil bei einigen Wettbewerben konnte er sogar den ersten zweiten und dritten Platz belegen Andreas begann schon in jungen Jahren mit dem Bodybuilding und war ein großer Fan von Arnold Schwarzenegger er versuchte Arnold zu imitieren und hatte ein großes Vorbild bei der Arnold Alter Arnold Schwarzenegger er hat einfach den perfekten Körper es geht ja nicht darum alles so groß wie möglich zu machen aber bei ihm Leute das ist die Definition diese diese Struktur also der Typ ist einfach der krasseste er ist der krasseste wirklich gibt einen Grund warum der auch eigenen Wettbewerb unter seinen Namen bekommt Classic Sportveranstaltung 1996 wo er den sechsten Platz machte während des Wettkampfs nahm er jedoch verschiedene Stimulantien ein was nicht gut ausging er litt an Magenproblemen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert dort stellte sich heraus dass er zu viele Stimulantien eingenommen hatte und deshalb wurde er auch nur 31 Jahre alt boah das ist traurig 31 nur 31 ja also ich würde ich würde gerne wissen was denn am Ende der Grund dafür war aber ja Körper war abgenutzt der hat es nicht mehr hingegeben aber ja Leute das war es auf jeden Fall von diesem Video wie gesagt meine Nummer 1 der Kirill der ist dabei Mr. Popeye Bizeps ja Freunde passt auf euch auf macht bitte keine falschen Sachen und wenn ihr euch unwohl fühlt dann geht ins Fitness Center oder achtet lieber darauf nicht auf die Leute die sagen was an euch hässlich ist sondern achtet lieber auf die Leute die sagen was an euch schön ist und vielleicht fällt euch das ja gar nicht selbst auf vielleicht mögen es Leute vielleicht ist es auch so wirklich Leute es ist wirklich so es gibt viele Leute die mögen Sachen die ihr an euch selbst nicht mögt und dann akzeptiert ihr es mal besser und das ist so die Lehre des heutigen Videos ich würde auf jeden Fall sagen Freunde so beenden wir das Video lasst mal ein Like da und vergesst nicht gerne den Kanal zu abonnieren wir sehen uns morgen wieder mit einem neuen Video IDs raus haut rein und ciao